Dieses Mal hatte sich Oliver Ritz das Spielgrät zur Ausführung hingelegt. Große Distanz, TSV-Keeper Redbrack mit einer Zwei-Mann-Lauer. Anlauf Ritz, Schuss Ritz, Tor Ritz! Ja, was für ein gegen die aller Freistoß von Oliver Ritz! 2 zu 1, Gelma, unglaublich! Wieder ein Traumtor, mir fehlen die Worte, es war unbeschreiblich. 90. plus 1, grün-weiß Gelma, wieder in Front. Hier die Wiederholung. Morten Ralf Redbrack im TSV-Kasten streckt sich vergebens, der Ball mit Fili-Fee geschlagen, schlägt ziemlich genau am oberen linken Eck ein. Da hatte sich Redbrack mit der Zwei-Mann-Mauer wohl etwas verschätzt oder den Oliver Ritz unterschätzt. Als er das Unheilkommen sieht, ist es quasi auch schon zu spät. Der Ball segelt wunderbar getreten in die Handorfer Maschen. Gelma 2, Handorf 1. Ja, das war's! 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 Ja!